Kann man vom Schach leben? Das ist eine Frage, die immer wieder auftaucht und die Antwort lautet ganz eindeutig ja, wenn man sehr, sehr gut ist. Die besten zehn Spieler der Welt leben sehr, sehr gut vom Schach, danach kommen vielleicht noch so 20, die auch allein von Preisgeldern ihren Lebensunterhalt bestreiten können und danach wird es dünn. Da hat man dann entweder noch einen Job als Trainer oder ist journalistisch tätig und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich überlegen, ob man wirklich alles auf Schach setzen will oder ob man lieber einem anständigen Beruf nachgeht. Und vor genau dieser Frage stand Mitte der 90er der Franzose Jean Lottier, den wir hier sehen. Der war bequem in den Top 20 der Welt, aber es war, als er dann auch selber so Mitte 20 war, abzusehen, dass er es nicht bis nach ganz oben schaffen würde. Beste Spieler Frankreichs, aber eben nicht absolute Weltklasse. Und der hat sich dann die Frage, kann und will ich vom Schach leben, mit Nein beantwortet und ist ausgestiegen. Der steht hier zwar noch mit dem ILO von 2658, aber das ist eine alte Zahl, den haben wir seit Jahren nicht mehr im Brett gesehen. Jean Lottier lebt mittlerweile als Banker in Russland und verdient wahrscheinlich deutlich mehr Geld, als er als Schachspieler jemals verdient hätte. Heute sehen wir ihn als Schachspieler in einer Partie gegen Biswanathan Arnand. Den hole ich mal gerade. Biswanathan Arnand. Den, ja, das ist, da ist hier ein Fehler in der Datenbank. Das hier ist nicht Biswanathan Arnand. Das ist er. Den müssen wir kaum vorstellen. Einmal, weil wir ihn vergangene Woche schon gesehen haben, andererseits, weil es eben Arnand ist, mehrfacher Weltmeister, sogar amtierender Weltmeister im Schnellschach. Und das mit fast 50, was überaus bemerkenswert ist. Arnand haben wir vergangene Woche gesehen in seinem ersten WM-Match 1995 gegen Garry Kasparov, als er mehr oder weniger aus Verzweiflung die skandinavische Verteidigung aufs Brett gebracht hat. Und damit ging Kasparov eigentlich ganz gut vor. Er hatte sich natürlich intensiv darauf vorbereitet. Und von dieser Vorbereitung sollte er in den Jahren nach dem WM-Kampf noch profitieren. Zum Beispiel in der Partie, die wir heute sehen, gegen Jean Lottier. Denn der konfrontierte ihn ebenfalls mit der skandinavischen Verteidigung. Und Arnand konnte auf das zurückgreifen, was er seinerzeit sich vor der Partie gegen Kasparov angeguckt hatte. Und diese Partie beinhaltet ein Läuferopfer Arnands, das um die Welt ging. Sicher einer seiner berühmtesten Züge. Und weil das so spektakulär war und weil die Partie seinerzeit auf unserer Website auftauchte, als es um die skandinavische Verteidigung ging, wir die Partie aber nicht näher angeguckt haben, sondern nur auf Arnands schönen Zug hingewiesen haben, gucken wir uns die heute mal näher an. So, Arnand mit Weiß gegen Lottier mit Schwarz. E4, D5, skandinavisch. Nehmen wir raus, Dame schlecht D5, Springer C3. Heute ist der Hauptzug wahrscheinlich Dame D8 an dieser Stelle. Seinerzeit spielten sie Dame A5. Das wird auch heute noch gespielt. Das hatte auch Arnand selbst gegen Kasparov gespielt. D4, Springer F6, Springer F3. C6 haben wir vergangene Woche auch gesehen. Der typische Zug, der der Dame ein Rückzugsfeld eröffnet, ohne den Schwarz im skandinavischen kaum auskommt. Also es gibt immer mal die Alternative, Springer C6 sofort mit Druck gegen D4 zu spielen. Denn Druck gegen D4 ist eine der Hauptideen von Schwarzen im skandinavischen. Aber wer das macht, der muss sehr genau wissen, was der Plan für seine Dame ist. Denn die kommt womöglich in Feldernot. Und das ist nicht der Fall, wenn Schwarz C6 spielt, was hier der Hauptzug ist. In der Partie, die wir vergangene Woche gesehen haben, hat Kasparov an dieser Stelle Springer E5 gespielt und aus der Eröffnung überhaupt nichts rausgeholt. Und Arnand erinnerte sich an seine Vorbereitung auf die Partie und war da zu dem Schluss gekommen, dass alles, was auf Läufer C4 folgt, schwierig für Schwarz ist. Und nun in dem Sinne, dem Schwarzen die größtmöglichen Schwierigkeiten zu stellen, hat er das gespielt. Und schon damals war bekannt, dass an dieser Stelle Läufer D2 zu ganz angenehmen Stellungen für Weiß führt. Das gilt auch bis heute. Und Arnand wusste das auch. Nach Läufer D2, diesem Vesavis auf der Diagonalen, nach Läufer D2, E6, Springer D5. Sehen wir, dass es gut war, dass Schwarz D6 gespielt hat, denn die Dame kann jetzt zurück. Und nach Springer F6 gilt die ganze Chance als moderat besser für Weiß. Wenn Schwarz mit der Dame zurücknimmt, wird Weißdame E2 spielen, kann dann lang rauchieren. Sowas liegt auch in der Luft. Und der Schwarze hat einen gewissen Entwicklungsrückstand. Und die Dame auf F6 ist unglücklich platziert. Die erfüllt da nicht wirklich eine Aufgabe. Und früher oder später wird es da mal einen Tritt geben. Das spielt sich sehr, sehr gut für Weiß. Als etwas besser gilt an dieser Stelle Gf6. Was die schwarze Struktur zwar ein bisschen beschädigt, aber vielleicht gegen Chancen am Königsflügel auf der G-Linie dem Schwarzen verschafft. Das ist eine komplexe Stellung. Zweischneidig, aber objektiv ganz angenehm verweist. Das ist eigentlich so eine der Varianten, warum Skandinavisch mit Dame A5 als schwierig gilt. Und Arnand wusste das damals, dass Läufer D2 an dieser Stelle ganz okay ist. Aber er wusste auch, dass Lottier in seinem Leben nie oder fast nie skandinavisch gespielt hatte und sich damit nicht so gut auskennen konnte. Und hat sich darum an dieser Stelle für Springer E5 entschieden. Das ist der etwas konkretere Zug. Mit der Idee, sehr bald den Läufer E5 zu befragen, weiß, kann G4 spielen und dann H4 folgen lassen. Und das ist nicht ganz leicht für den Schwarzen, das zu navigieren. Da muss der Schwarze sich ein bisschen auskennen. Und Arnand spekulierte, dass Lottier das womöglich nicht in allen Feinheiten studiert hat, wenn er nur für eine einzelne Partie sich mal so eine Überraschungswaffe wie Skandinavisch überlegt. Okay, nach Springer E5 hängt erst mal F7, darum E6. Und dann geht die Läuferjagd gleich los. Hier galt lange Läufer B4 als guter Zug, der ja auch logisch aussieht. Er entwickelt eine Figur und verstärkt sofort den Druck auf der Diagonalen gegen den gefesselten Springer. den Schwarz dann nochmal verstärken kann. Aber an dieser Stelle hat der Weiß einen ganz hübschen Zug, nämlich F3. Und zwar kann sich Schwarz jetzt auf C3 bedienen. Springer C3, Bc, Läufer C3. Aber jetzt macht Weiß H5. Und ups, der Kollege auf G6 hat keine Felder mehr. Und sich auf A1 bedienen kann der Schwarze auch nicht, weil sein Läufer gefesselt ist. Hier verliert der Schwarze schon Material und steht schon sehr, sehr schlecht. Fast auf Verlust, könnte man sagen. Und wegen dieser Feinheit F3 hat sich dann Ende der 1980er war das, glaube ich, herausgestellt, dass die ganze Schose mit Läufer B4 an dieser Stelle eben nicht so gut ist. Und der präzisere Zug ist Springer D7. Was erstmal den schon im Zentrum eingepflanzten weißen Springer befragt. Und darauf muss Weiß reagieren. Er kann jetzt nicht mit H5 auf Läuferjagd gehen, denn dann nimmt Schwarz auf E5 raus und die Schose endet gut für ihn. Weiß hat hier nichts Besseres, als erstmal auf D7 zu tauschen und dann den Läufer zu befragen. Der hat nur ein Feld, nämlich E4. Wo er im Moment nicht hängt, weil der Springer C3 gefesselt ist. Ups, das ist nicht C3, das ist C3, weil der Springer C3 gefesselt ist. Dafür hängt der Turm auf H1. Der Läufer soll sich, so ist die Idee des Schwarzen, später nach D5 zurückziehen und da erstmal sicher stehen. Weiß muss sich jetzt um seinen hängenden Turm auf H1 kümmern. Er könnte hier 0-0 spielen, was auch so gleich den Läufer angreift, weil die Fesselung aufgehoben ist durch die Rochade. Aber wenn Schwarz dann Läufer D5 macht, Springer D5, E-D wäre nicht so gut, da ist die E-Linie auf. CD, Läufer D3. Da kann sich der Weiße schon fragen, warum habe ich eigentlich meine Bauern am Königsvögel so weit vorgeschickt. Denn jetzt hat er da hinrochiert und seinen König dem Schutz beraubt. Der steht jetzt ein bisschen locker. Das ist wahrscheinlich spielbar, ist vielleicht sogar ganz okay für Weiß mit dem Läuferpaar. Aber die Königstellung ist ein bisschen unsicher. Vielleicht gibt es auch mal, Schwarz jetzt Läufer D6 macht, vielleicht gibt es auch mal Ärger auf der Diagonale H2 b8. Da wäre mir als Weißen nicht so ganz wohl. Der Schwarze hat hier die Option, lang zu rochieren, findet vielleicht einen Weg, Linien am Königsflügel zu öffnen. Und die Weiße Königstellung ist sicher ein gewichtiger Faktor, wenn wir diese Position beurteilen. Das mag spielbar sein für Weiß, aber ist allemal zweischneidig. Deswegen entscheiden sich die Weißen hier eher für Turm H3, was auch Anand gespielt hat. Rochieren kann der Weiße immer noch kurz, wenn er will. Das muss er dann halt zu Fuß machen und König F1 spielen. Er bleibt aber flexibel an dieser Stellung und die lange Rochade ist auch immer noch ein Thema. Die Schwarzen haben hier seiner Zeit nicht sofort den Läufer nach D5 gestellt, wo er bald hin soll, sondern erst mal Läufer G2 gespielt. Das galt als Feinheit. Die Idee von Schwarz ist, okay, jetzt muss der Weiße Turm G3 machen und zwingt den Läufer zurück nach D5. Aber dann wird Schwarz später den Läufer nach D6 entwickeln können und der Turm auf G3 hängt. Und so gewinnt Schwarz ein Tempo. Und indem der Schwarze den Turm nach G3 gelockt hat, beschleunigt er seine Entwicklung. Das ist die Idee von Läufer G2 gewesen. Anand kannte das und hatte an dieser Stelle auch keinen anderen Zug auf der Agenda als Turm G3. Aber er hat am Brett da nochmal überlegt und genauer hingeguckt und ist dann mit einem ganz bemerkenswerten Konzept um die Ecke gekommen. Er hat hier Turm E3 gespielt. Wenn wir uns veranschaulichen, dass wir auf der Seite des Schwarzen jetzt dieses Manöver in der Luft liegen, dann könnten wir denken, was soll denn Turm E3? Das gibt dem Schwarzen doch nur eine Marke und Ziele, gegen die er spielen kann. Und Springer B6 kam. Jetzt hängt erstmal der Läufer auf C4. Der geht nach D3. Läufer B3 wäre nicht so gut. Dann bekommt Schwarz gutes Spiel nach C5. Sofort. Das Zentrum befragt. Konkret droht C4. Es mag auch auf der D-Linie Probleme geben. Das ist angenehm für Schwarz. Darum geht der Läufer nach D3. Und Schwarz setzt fort mit dem logischen Zugspringer D5. Und nun zeigt Arnold, was der Punkt seiner Idee war. Er macht an dieser Stelle nämlich F3. Und sagt, hallo Joe Luthier, guck mal auf G2, dein Läufer ist eingesperrt. Und den werde ich mir abholen. Arnold lädt hier quasi den Schwarzen ein, sich am Damenflügel zu bedienen und hier rauszunehmen und ein, zwei Bauern zu gewinnen. Oder hier rauszunehmen und erstmal eine Qualle zu gewinnen. Und er sagt, das ist mir alles ganz egal. Du darfst da dir ein klein bisschen Material gönnen. Das kriege ich nämlich mit Zins zurück, wenn ich dann später für nicht F2 spiele und mir den eingesperrten Läufer auf G2 abhole. Schwarz hat hier eine Menge Möglichkeiten. Also eine ganz direkte zum Beispiel. Das wäre Springer C3. Denn auf D4 hängt dann am Ende ja auch noch ein Bauer. Weiß spielt dann seinen Plan. König F2. Und der Läufer geht eh verloren. Insofern ist es am besten für Schwarz, ihn gleich hier zu geben und auf die Weise noch einen Bauern mitzunehmen. Und den weißen König ein wenig zu exponieren. Aber der König steht da nicht unsicher. Der steht zwar ein bisschen frei, aber er ist nicht wirklich bedroht. Denn der Schwarze hat ja seine Truppen noch auf der Grundreihe versammelt. Während der Weiße schön aktiv ist und auch dieser Turm bald eine Linie finden wird. Und der Weiße kann hier mit Recht behaupten, dass seine Mehrfigur mehr wert ist als die drei Bauern, die der Schwarze dafür hat. Das sollte ganz gute Spiegel für weiß sein. Andere Möglichkeit ist, dass der Schwarze sich jetzt gleich erstmal die Qualität greift. Und er muss den Weißen ja weiter beschäftigen, dass der nicht hier einfach hinläuft und sich den abholt. Und dafür hat er hier einen ganz trickreichen Zugläufer E3, äh Läufer A3. Aber auch der tut dem Weißen nicht wirklich weh. Weiß kann hier einfach Läufer C1 spielen und es folgt wieder dieses. Er kann den Läufer sogar rausnehmen. Das ist auch alles gut für weiß. Lottier hat sich für einen anderen logischen Zug entschieden, nämlich Läufer B4. Er entwickelt eine Figur, verstärkt den Druck auf C3. Und seiner anderen sagt, okay, dann sammle du auf C3 ein paar Sachen ein. Ich hole mir so lange den Läufer ab. Ja, auch hier hat Schwarz mehrere Möglichkeiten. Er hat Läufer C3 gespielt, er könnte auch Springer C3 versuchen. Was die Idee hat, dass wenn Bc Läufer C3 kommt, dass erstmal hier einer hängt. Und wenn Schwarz dann auch D4 nimmt, dann ist der Turm E3 gefesselt. Insofern sieht das auch ganz schlüssig aus. Aber nach Turm B1, Läufer D4. Na, Läufer D4, König G2. Schlecht. Schlecht. Steht weiß riesig. Das Läuferpaar, das ist schon eine Macht in dieser Stellung. Wenn wir uns mal angucken. Wie gewaltig diese beiden Kollegen ins weiße Lager strahlen. Der Turm hat auch eine offene Linie schon gefunden. Also wenn wir, der König steht, steht sicher. Wenn wir an dieser Stelle Material zählen, dann hat der Schwarze einen Turm und zwei Bauern für das Läuferpaar. Das ist nominell ganz okay. Aber das ist ein deutlicher Vorteil für weiß, diese Stellung. Es ist viel aktiver. Und hat einfach mehr Figuren als der Schwarze. Und die spielen auch noch alle sehr aktiv. Das ist eine schöne Beispielstellung für die Kraft des Läuferpaars. Hier würde Schwarz aus Überleben kämpfen in dieser Stellung. Das hat auch Lottier so gesehen und hat darum lieber Läufer C3 gespielt. Und sich dann im Zentrum durchgefressen. Aber das Problem an dem Abspiel ist, dass er damit den Turm B1 aktiv macht. Und das wird relativ schnell Folgen haben. Da haben wir D4, Turm B7. Denn jetzt tauchen bald Angriffsmotive für Weiß gegen den Schwarzen König auf. Lottier macht an dieser Stellung Turm D8. Zentralisiert. Eine Figur. Und anstatt sich um den Läufer auf G2 zu kümmern, geht Arland direkt voran. Und was die Idee von H6 war, das hat Lottier in dieser Stellung nicht so richtig verstanden. Und hat den einfach mal weggenommen. Naja, und wer nicht weiß, was Arland in dieser Stellung gespielt hat, der hält mal kurz das Video an. Denn jetzt folgt einer von Arlands berühmtesten Zügen. Arland hat hier Läufer G6 gespielt. Und der Läufer ist doppelt angegriffen und die weiße Dame steht ein. Und trotzdem gewinnt er es für Weiß. Das ist schon ein bemerkenswerter Zug. Also wenn Schwarz die Dame nimmt, dann wird es einfach matt. Turm E6, König F8, Läufer H6, König G8, Läufer F7 und matt. Wenn Schwarz sich auf E3 bedient, was die Dame deckt und nebenbei noch einen Turm reinsackt, dann geht das auch nicht gut aus. Ich laufe F7, König F8. Jetzt nehmen wir auf D4. Und dann nehmen wir auf E3. Und es droht matt auf H6. Und der Turm D4 hängt. Weiß gewinnt. Okay, aber was dann? Lothier hat sich für Springer E7 entschieden. Und jetzt hat Arnand ganz unspektakulär die Partie nach Hause gefahren. Dame schlecht D4, Turm D4. Und Weiß könnte jetzt Turm schlecht E6 spielen und versuchen die Partie im Angriff zu entscheiden. Und das würde ihm womöglich gelingen. Aber Arnand hat gesehen, dass er hier ganz profan gewinnen kann. Turm D3. Turm D3 hat auch noch die Drohung Turm B8. Und hier hängt einer. Und akut hängt der. Das muss schwarz beides parieren. Lothier hat Dach und Turm D8 gespielt. Arnand nimmt raus. König D8. Sein Läufer auf G6 hängt. Den zieht er zurück. Und das mag auf Anhieb erstaunlich erscheinen. Dies ist schon das Ende der Partie. Lothier hat an dieser Stelle aufgegeben. Sein Läufer G2 hängt immer noch. Der geht verloren. Aber das ist nicht das einzige Problem, was er hat. Wenn er den Läufer jetzt erstmal mit Läufer H1 zum Beispiel in Sicherheit bringt. Dann ist nämlich auch noch Läufer B2 mit Angriff auf den Turm auf H8 in der Stellung. Und nach Turm E8 Läufer F6 ist der Schwarze an Händen und Füßen gefesselt. Er kann auf der Grundreihe nichts ziehen. Weil dann ist der Springer E7 weg. Und der Läufer H1 ist mittelfristig auch weg. Weiß muss nichts weiter tun, als den F3-Bauern decken mit dem Läufer. Läufer E4 oder so. Und dann läuft er hier rüber und holt sich den Läufer H1 ab. Weil Schwarz an Händen und Füßen gefesselt ist, kann es sich Weiß sogar leisten, erst noch auf H7 den Bauern abzuholen und dann E4 zu decken. Und dann den Läufer H1 abzuholen. Nach anderen Zugläufer D3 ist Schwarz verloren. Und Lottier gab sich geschlagen. Ja, das war die Partie für diese Woche. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr das gemocht habt, dann abonniert den Kanal und schaut mal auf unserer Website vorbei. Nächste Woche werden wir wahrscheinlich eine aktuelle Partie zeigen. Von einem jungen deutschen Großmeister, der neulich in Moskau, im Moskauer Stahlbad haben wir das damals genannt. Denn in Moskau wird ziemlich stark Schach gespielt. Aber da hat ein junger Deutscher gezeigt, dass er auch nicht so schlecht ist. Und einer russischen Spielerin, die nebenbei als Model arbeitet, weil sie auch noch sehr hübsch ist, ordentlich die Leviten gelesen. Das schauen wir uns nächste Woche an. Bis dahin.